Hallo Leute, heute sind Michel, Lea und Felina wieder zurückgekommen. Ich hatte ganz vergessen, dass Felina ja auch in den kleinen Kocher war. Aber, naja, so richtig freue ich mich noch nicht, die Brüder bei mir zu haben, aber gut, ich weiß halt auch nicht, warum ich mich die Freude halt ein bisschen getrübt. Naja gut, das wird jetzt hier kein langes Video, weil ich dann auch weg muss, von daher, es wird jetzt eigentlich nur wieder zurückkommen, der 3. Ja, und dann war das mein kurzes Video. Ich muss mal die 3 Kartchen auspacken, oder besser gesagt die 2 Kartchen, oder ein Junge ist es ja. So, muss ich selber erst mal gucken, ist alles zu lange her, ist alles zu lange her. Also das hier sind, glaube ich, Lea und Felina. Und das ist Michel, ja. Ja, das ist Michel. Der kam mir jetzt in meinem Koffer nur so groß vor. Ähm, ja gut, da fange ich einfach mit Michel an, weil der ja jetzt hier gerade in der Kamera liegt. Da ist der Michel wieder. Den, von dem ich ja leider nicht viel hatte, weil kaum einen hatte ich, habe ich ihn schon wieder weggegeben. Ja, das ist irgendwie komisch, die ich jetzt wieder da zu haben. Naja, hallo Michel, schön, dass du wieder da bist. So, und jetzt packe ich noch die 2 aus. So. Nina, da ist sie wieder, die Kleine. Hallo. Und meine heißge, die Lea. Meine heißge liebte Lea, wieder da. Jo. Naja. Und das war eigentlich mein Video, wie gesagt, war nichts Großes. Aber ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Lea riecht auch immer noch nach Baby, auch wo sie jetzt sehr lange im Koffer waren. Naja, ich würde mal sagen, ich melde mich dann später nochmal wieder zu einem kleinen Update oder so. Also, besser gesagt, mit Lea sehen wir uns dann wieder. Bei euch ist das ja eh nicht so richtig, weil ihr seht das Video ja eh dann erst ein bisschen später. Ich hoffe, das Ausbauvideos hat euch gefallen und, ja, wie gesagt, ist es irgendwie komisch, dass sie wieder da sind. Aber nun gut. So richtig ist all die Freude nicht da, aber... Ja. Mal sehen. Okay, okay, dann sag ich mal, das war's dann erstmal wieder von mir, für euch, für euch, für euch, für euch, für euch, bis zum nächsten Mal.